Es gibt drei Dinge, die die Menschen zusammenbringen und die müssen wir versuchen anzustreben. Meta Karuna auf Thailändisch heißt das Mitgefühl, das Miteinander sein. Mutita heißt das Füreinander freuen können. Wenn es dir gut geht, freue ich mich für dich. UBK heißt in der Mitte bleiben, nie der Extremsuche. Alle diese drei Dinge gehen verloren. Hallo liebe Zuschauer, ich darf unseren Gast vorstellen oder wir sind zu Gast bei dir, Sucharit Bhakti, Professor Sucharit Bhakti. Und ja, wahrscheinlich kommt jetzt als allererstes die Frage, warum sitzen die da so komisch, warum sitzen wir hier zwischen den Kuscheltieren. Und da komme ich gleich zur ersten Frage, bevor ich dann vielleicht nochmal eine zweite Einleitung mache. Hallo liebe Zuschauer, da uns YouTube ja massiv zensiert, können wir hier keine kritischen Inhalte mehr zeigen. Deswegen könnt ihr weiterschauen auf der Internetseite kai-stut.com. Dort werdet ihr alle alten Videos und auch die neuen finden. Ich wünsche euch viel Spaß, euer Kai Stuth. Der Kanal Kai Stuth Project for Weha ist eine unabhängige, freie Plattform und wird von keiner Partei oder Organisation finanziert. Ermöglicht wird diese Plattform seit einem Jahr ausschließlich durch die Spenden unserer Zuschauer. Wir setzen das Geld für aufklärende, unabhängige Ziele ein und produzieren davon kostenfreie Interviews und Filme. Wie zum Beispiel der Dokumentarfilm Empty, die zensurfreie Plattform Ignorance EU oder die Initiative One Million und vieles mehr. Wir bedanken uns herzlich bei allen Unterstützern und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei diesem Video.